Ihr Pipser Heute verlasst ihr mich, ne? So Heute verlasst ihr mich, ne? So, komm mal hin So Heute gehts wieder nach Hause Hängt das noch? Eine hängt das Mahlzeit noch Bei mir Und dann gibt's wieder Heimatfutter Heimatfutter bei Mutter Heimatfutter bei Mutter Und dann geht's wieder So 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 Na Na Riti Alles gut Alles gut Riti Na komm So 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 Oha, jetzt ist der Alarm. Hallo. 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 Guck mal, immer wie auch so ein Hetzbergall war. Guck mal, wie viel. Nee, aber nicht, aber weiß. Hallo. Na, du? Genau. Guck mal, du wirst rüber. So geht das. Ja, da kommen alle alle. Hallo. Guck mal, hier bist du nicht. Da oben bist du, komm her. So kannst du singen, so kannst du singen. Ja, fein, aber nicht fein. Nein, das ist meine Brille. Nein. Hm? Nein, guck mal hier. Ja, das ist ja. Der Gäber ist ja auch noch da. Ja. Komm her. Komm her. Guck mal. Hallo. Komm doch, du guck dich an. Komm doch, du guck dich an. Hallo. Ich hab die nicht so groß. Du siehst ja, wo meine Videos, ja. Komm. Aber das ist ja so groß. Okay. Na, das tut mir, du sollst dich machen. Das ist meine Brille. Nein, du beißt nicht. Nein. 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 Nein, nein, nein. 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 Einmal. Nein. Einmal. Einmal ins Ohr. Ja, er macht schon, im Hals. Nein. 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 Aber eigentlich lauert er eigentlich nur. Mhm. Aber wenn er dann ins Lager geht. Ja, das ist... Dann habe ich schon einige Verletzungen. Ich hatte Rocky jetzt vorerst an der Hand, weil ich es kubellauer machen musste. Das Gefieder war so verpflegt. Und normalerweise hatten wir überhaupt nicht. Aber Rocky hat mich so unglücklich hier in der Falte ergriffen. Ja, das ist gut. Das ist logisch, ne? Ja. Ist alles wieder ganz neu, ne? Aus der Wäsche ist mir alles egal. Hauptsache hier kann ich schlafen. Ja. Dann werden wir raus. Aus der Wäsche raus. Dann nachher erst kommen die raus hier alle. Ja. Die werden dann mit abgeholt, die zwei. Oh. Alle 17 Stück. Wahnsinn. Ist ich auch ein Züchter? Nein, nein. Ist kein Züchter. Okay. Die kommen aus einer Wäsche aus Stadland. Kenntest du Stadland? Ja. Kenntest du? Stadland, ja. Stadland, ja. Also Rache. Ach, da. Da kommen die alle her. Und die waren jetzt sechs Wochen hier. Wir haben sechs Wochen Urlaub gemacht. Wow. In Kroatien. Ja. Ja. Was wollen können das? Ich wollte da nur streichen, aber auf dem zu sinken. Ja, eh, eh, eh. Ah, da ist die Nassbühle. Da ist die Nassbühle. Ah, weiß doch nicht. Ja, du kennst mich nicht, ich weiß. Nee, der weiß nicht. Nee, der weiß nicht. Nee, der weiß nicht. Und du, du willst mit? Willst du mit Urlaub machen? Soll ich dich mitnehmen? Ich glaube, dann wird dich ärgern. Ah, ja. Hm? Du bist nicht Schipsi. Immer an den Rüder rumschneiden. Ja. Hast du was gesehen? Koko, hast du was gesehen? Meier Platz, ne? Das ist meine Kette. Was machst du da? Ja, nicht mehr Platz. Ja. Und du? Und du? Banane, sagt er. Ihr wollt erzählen. Erzähl. Sag mal Hallo. Ja, sag mal Hallo. Hm? Sag mal Hallo. Ja. Hallo sagen. Ja, Hallo sagen. Ja, Hallo sagen. Was ist mit dem Fisch? Hä? Wie? 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 Mal holt er dich mal was ab. Ja. Und dann haut er ab. Komm her. Ja. Die sind ja so hübsch, ne? Wir sehen das immer aufs Instagram. Die können ja auch richtig gut sprechen, ne? Ja. Schon klar. Die erzählen mir nicht. Wo sitzt du hin? Gehst du mit? Ja. So, hast du auch geschrieben? Bist du nicht? Von bis nicht. Bitte? Von bis nicht. Ach so. Ja. Nehmen wir die, ich würde nicht so nicht sagen. Hm? Und du? Wer bist du denn? Herr Hansfrau. Ja, hallo. Du bist der Beste, ne? Du bist der Beste, ne? Du bist auch so ein Hübscher. Du bist der Beste, ne? Du bist auch so ein Hübscher. Und der Gerne, der kann auch hier bleiben. Du bist auch so ein Hübscher. Hm? Doch. So. Hm? Wie geht das? Mal in gucken, was du da an hast. Wie geht das? So. 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 Das war's gut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 was los ist es 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 Vielen Dank.